Hi! Du meldest dich fürs Christoville 22 an und vor lauter Hunger nach begeisternder Musik, spannenden Inhalten und überraschenden Formaten fragst du dich, wie sieht eigentlich die Verpflegung auf dem Event aus? Wir bieten für alle Teilnehmenden Frühstück und unmittelbarer Nähe deinen Schlafplatzes an. Wenn du willst, kannst du eine weitere Mahlzeit pro Tag an einem unserer Verpflegungsstandorte dazu buchen. Wann du sie isst, kannst du von Mittag bis Abend selbst aussuchen. So bist du gleichzeitig flexibel und abgesichert. Wir haben uns bei diesen Mahlzeiten für vegetarische Ernährung entschieden. Laktosefreie, vegane und glutenfreie Ernährung bieten wir natürlich auch. So werden alle schöpfungsfreundlich gestärkt für den Christoville-Alltag. Guten Appetit!